Wer war eigentlich Wendelin Wiedeking? Ein genialer, unglaublich erfolgreicher Manager. Bis zu dem Tag, an dem er der Versuchung erlangt. Der Versuchung des Größenwands. Es dauert oft Jahre, um so eine Karriere aufzubauen, aber oft nur wenige Minuten, um sich so wirklich so rums gegen die Wand zu fahren. Ich weiß, die ganze Welt erwartet von uns nur Erfolgsrezepte, Erfolgsrezepte, Erfolgsrezept. Und die wenigsten aber wissen, wie wichtig es ist, Management-Sünden zu vermeiden. Die Management-Sünden auf den folgenden Videos sind so kompakte Destillate aus meinem Erfolgsbestseller 11 Management-Sünden, die sie vermeiden sollten. Ich weiß schon, sie werden sicherlich die eine oder andere Management-Sünde kennen oder vielleicht auch begangen haben. Unabsichtlich natürlich, genauso wie ich. Was sie aber noch nicht wissen ist, dass sie nun ganz konkrete Tipps bekommen werden aus der Praxis, wie sie diese Sünden auch vermeiden können.